Hi, ich bin der Günther, ich komme aus der Lernerbude, willkommen zu einer neuen Folge Undertale, originale englische Version, mit einem deutschen Kommentator, der zu scheiße für gutes Englisch ist, wieder im Hotland, nachdem ich im letzten Part an dein relativ gut, würde ich sagen, in Anführungszeichen besiegen konnte, ich meine wir sind hier in einem Pazifisten und dann haben wir uns noch getroffen und ich habe ihr Haus beim Kochen, angezündet und jetzt sind wir Freunde, das klingt toll, ich weiß, guckt den letzten Part, dann versteht ihr es und jetzt geht es hier im Hotland weiter in diesem Labor, das bin ich, erinnert ihr euch an die Kameras, am Anfang im Wald von Snowden, direkt hinter den Ruinen, haben wir im Busch eine Kamera gefunden, sie hat genau mich angezeigt und zwar hier, hier ist einiges auf dem Tisch, ja es ist zu dunkel, und das ist Dr. Elphys 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 und das ist okay, ich bin, den in 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 Sie hat alles beobachtet, was ich gemacht habe, seit ich aus den Ruinen rausgekommen bin. I was originally going to stop you, but watching someone on the screen really makes you root for them. So now I want to help you. Using my knowledge, I can easily guide you through Hotland. No way to write to Eskos Castle, no problem. Well, actually, he's just a tiny issue. Yeah, she can just go through Hotland. Let's go, there's a weird problem. A long time ago, I met a robot named Metatron. Ah, Metatron. Yeah, the robot. He was built from Elf and is now a TV star. But not just a TV star. Originally I built him to be an entertainment robot. Das ist er auch. You know, like a robotic TV star or something. Wie gesagt ist er auch. Anyway, recently I decided to make him more useful. You know, just some small practical adjustments. Also, nur ein paar Sachen wurden ihm noch hinzugefügt. Like an anti-human combat features. Na, vielleicht ein paar Sachen wurden ihm noch hinzugefügt. So Menschenzerstörungsanlagen oder sowas. Of course, when I saw you coming, I immediately decided to remove those features. Unfortunately, I may have made a tinzy mistake while doing so. So, er hat leider einen kleinen Fehler dabei gemacht. Ähm, sie zu beseitzen. And, ähm, now he's an unstoppable killing machine with the first for human blood. Hehehehehe. Ja. Jetzt ist er eventuell eine unstoppbare Tüffelungsmaschine mit Blutwurst nach Mensch. Sehr gut. But, um, hopefully we won't run into him. Was könnte das nur sein? Äh. Hm. Das ist sicher nicht Metatron. Did you hear something? Nein, sicher nicht. Oh no. Flashlight. Oh yes, welcome beauties. To today's quiz show. Oh boy, I can already tell it's gonna be a great show. Everyone give a big hand for our wonderful contest game. Applaus, Leute. Never played before, Gorgias. No problem. It's simple. There's only one rule. Answer correctly. Or you die. Jetzt bin ich in Metatron's quiz show drin. Cry. We'll be doing the reading. Let's start with an easy one. Tries for answering correctly. Mercy. Hm. Noch mehr Fragen. Jetzt ist Terrible. Pissed Price. Was ist der Tollname von Queen? Escore? Hm. Quasi Pushoverlord. Flattenwand. Johto. Friendship. Alles geile mal. Alles feier. So. Jetzt reden wir über Metatron. So. Hurra von Roboter drin. Metall und Magie. Setz die Idee vor mir. Weiter. Hier ist immer bei easy one. Noch was einfaches. Undein hat's angezeigt. Äh. Andein hat's angezeigt. Äh. Andein hat's angezeigt. Undein hat's angezeigt. Undein hat's angezeigt. Du bist so lucky zu sehen. Der YouTuber hat das nicht bemerkt. Dann hat's nicht bemerkt. Dann hat's gar falsch. Dann hat's nur Schaden. Aber ey, das ist Zeit kaputt. Und dann hat's gelogen. Let's play Memory. Und jetzt. Welches Meister ist das? Also. Elfes hat zwar die angezeigt, aber. Kann ich diese falsch haben? Gut. Jetzt noch nicht gelöst. Ja. Ich hab's richtig. Noch eine einfache Frage. How many is the letters in it? Jawoll. It's time to break out the big guns. Ich komm schwere Fragen. Ich bin da. 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 Elfes. Elfes. Elfes ist sogar kein Einemann. Und das ist ihr Lieblingsklub, der craft genau detailiert die Antwort geschrieben hat, auch wenn ich nicht zugehört habe. You aren't helping out contestant, are you? Or you should have told me, I'd ask a question. You will be sure to know the answer too. Easy. See at this, I told you it was obvious. Ja, ich hab in wenigstens verknallt. Anlein es war der Mensch-Kanal. Anlein? Even the humans got played out. Yes, she's 129 in the margin software mode. Transprogramming a variable after her first. She writes stories of them together. Ja, of words you guys can't even write. Sharon could donate to the actual copy of Crush 101. Margin of Error 1. Well, 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 what the app is happening? The show has no romantic tension. We can't go on like this. But, but, this was just the pilot episode. Next up, more drama, more romance. Until next time, darlings. Yeah, ich hab die Quiz Show geschafft. Nächstes Mal mehr Drama. Mehr Blut. Ja. Das war sehr toll. Aber, was die Pfeffer? Das war wohl was. Ja. Das war schon etwas. Es ist nur ein paar Müll. Das werde ich mir jetzt ganz angucken. Und... Warte, warte. Let me give you my phone number, then maybe if you need help, I could... Where did you get that phone? It's handsome! Let me grab texting. Wait a second, please. Ja man, Handy is not your time. I have a tutorial bekommen. Es kann nicht my SMS schreiben. Ja, I'm upgraded the phone. It can be texting items. It's got a keychain. You can sign you up for the underground number one social network. Now we are officially friends. I'm going to the bathroom. Ja, das Handy hat Platz für Schlüsselanhänger. Und kann jetzt eben SMSen. Und ich bin im größten Social Network vom Untergrund angemeldet. Wie gesagt, ich kann mir das jetzt ein Jahr jetzt angucken. Das wird ein bisschen langatmig. Ich will heute ein bisschen weiter kommen. Nachdem ich gestern fast nichts geschafft habe in den zwei Folgen. Glocke Youtube und Trif' friends. sy. www.yes idkRYSSK Althurs had den Status ge patented Just too late, I didn't watch Um9FighterHuman. Ja, sie hat nicht zugeguckt wie ich Um9 bekämpft habe. Ihr seht schon? Well, I know she's unbearable. I'll ask her if that's later. Ja. Raphis wird noch schön nervt. Ja, deswegen ist sie auch einer der unbeliebtesten Charaktere des Spiels. But now I gotta call up the human and guide them. Jetzt krieg ich gleich einen Anruf. Unneut und Neuergebung. Wulki. Hm. Fakt. Meine Verteidigung ist zu denken. Aber es kann verschonen. Sehr schön. Gonna call them in a minute. Wunderminute ruft sie mich an. Oh Gott, bin ich schnell. Der Wishing sound of Steam. Ja, da wie ich das Spiel her hast du Recht. Magna-Kamma. I hate using the phone. I don't want to do the best thing that my thing can be up to commission all. I lost anything. Oh god. Awa. 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 Ich geh näher dran, aber nicht zu nah. Und... Mewi. Oh my god, I pet my claw over the last digit for 5 minutes. Oh my god. I'm just gonna do it. I'm just gonna fall. Ja, sie schrebt immer mehr. Wow, ich geh näher dran. Ja, hat schon aufgeloenkt. Green. Hi, Star, the blue lasers. I mean, Elf is here. Hi, the blue lasers you want to agree with me. Orange ones, you have to be leaving. And they won't. You feel good, this one. Bye. Ja, I mean, all my good things are cleared. Oh, gee, I did it. Class haven't even shh hooked like that since Undyne called me to ask about whoever. Absolute stanza. Wait, there's no weather down here, right? Did she call me? Ja. Sie war nicht mehr so aufgeregt, seit Undyne gut sie nach dem Wetter geplackt hat. Aber im Untergrund gibt's kein Wetter und jetzt fragt sie sich, warum Undyne sie angeschrieben hat. Kack drauf. Oh my god, I forgot to tell them were to go. Cute pic of me right now. Ah, Müll mit Glitzer. Sorry. F is here and the northern door will stay locked until you solve the puzzles on the right and the left. I think you should go to the right path. Ah, ich kann noch nicht gut. F is here. F is here and that you will ever see is totally impossible. But as the right scientist, I have some tricks up myself. If I hack into a hotline laser, that's worse and take it out. Ah, nee, that's me. We are a monster. I am a summertime of hotline laser. Now that you really can't wear a... Yeah. We are going to be finally back and we are going to be standing there. What is so beautiful? Oh yeah. They have to hide. I have to... I have to box it. Adios Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.